Musik Wäre das nicht die perfekte Hymne für, sagen wir mal, die Top 100 YouTuber in Deutschland? Sind es nicht gerade diese YouTuber, die gerade auf die Kinder und die Kohle deren Eltern angewiesen sind? Aber ich greife vorweg. Willkommen zurück zum Wahnsinn, den ihr geschaffen habt. Glückwunsch. Neben der Kohle greift der ein oder andere dann eben doch mal dem kleinen minderjährigen Fan an den Arsch oder an andere. Also, egal, denn wenn es über ein Jahr her ist, dann muss derjenige ja einfach nichts mehr dazu sagen. Und die dumpfe, blöde Masse, die guckt einfach weiter. Und freut sich darüber, wenn das, na, ja, das Konzept von Ich hab mich geklont von 1950 mal wieder aufgewärmt wird. Denn die, die heute kein Fernsehen mehr konsumieren, sondern das natürlich wesentlich bessere Internet als Hauptinformation und Unterhaltungsmedium nutzen, die sind auch doof wie kleine Kinder. Denn die haben noch nicht mal im Ansatz kapiert, was ihnen da immer wieder und wieder aufgetischt wird von ähnlichen Bratzköppen wie damals schon. Und weil die jungen Leute natürlich so cool und geil und hip und technikaffin sind, hören die auch nicht auf, sagen wir mal, die Älteren, die den Scheiß schon dreimal durchschaut haben. Und die ganz Alten, also die den Scheiß schon durchschaut haben und wissen, wie der Hase läuft, ja, die bedienen den Markt einfach und leiten die jüngeren Stars auch noch an, so dass die dann den noch jüngeren und meist auch dümmeren die Kohle so richtig aus dem Kreuz leiern können. Wer hat nicht schon 24 Dosen von Lordi's Energy Drink bestellt? Na, wer zahlt nicht gerne fast den Euro 90 pro Dose? Na, richtig. Das Zeug kauft keiner. Zumindest nicht die, die Ahnung haben. Denn die, die Ahnung haben und Bock haben auf den Geschmack von aufgeweichten Gummibärchen in Morgenurin, die kaufen sich den Scheiß für 1,20 Euro, aber haben dann gleich anderthalb Liter. Also, Grabbel-Schorsch alias Lordi hält einfach die Fresse und sagt keinen Ton zu dem, was ihm da vorgeworfen wird. Und es juckt auch keinen, zumindest bis Lordi wieder zuschlägt. Nein, ihr feiert den Scheiß und ihr feiert nicht nur den Scheiß, sondern auch den Bockmist von all den anderen. Und richtig passend wird's ja dann, wenn euer YouTube-Star auch im Fernsehen ist. Und dann ist es egal, ob das RTL, RTL2, SAT.1, ProSieben, Kabel 1 oder sonst ein Sender ist. Da ist ja dann der Star von YouTube. Und dann ist ja alles ganz anders. Denn euer Star von YouTube hat ja schon auf YouTube nur die Wahrheit gesagt. Oder? Oder eben nicht. Und das Ganze ist einfach nur Medienwichse hoch 3. Denn wer auf YouTube fein die Fresse hält und eben nicht klar und transparent berichtet, wie und wo der Hase läuft, der wird das auch im Fernsehen dreimal nicht tun. Denn im Fernsehen ist der Star einfach nur irgendein Kasper vor der Kamera. Und was da wirklich passieren soll, das entscheidet eben nicht der Star. Er kann es vielleicht im Ansatz auf seinem Kanal auf YouTube entscheiden. Aber dann sind ja da noch die Netzwerke. Und spätestens hier wird das Bein dann schon dick. Da gibt es dann eben doch die fettesten Absprachen. Pass auf, wir haben hier Partner XY. Wir können ihn auch McDonalds oder Samsung nennen. Und der schickt dir einfach die Kacke oder die Kacke oder lässt dich dort oder da drehen. Und du sagst dafür die nettesten Sachen. Wann hat eigentlich schon mal jemand eine Review von irgendeinem Telefon gesehen, wo es hieß, Leute, den Scheiß kauft aber lieber nicht. Ja, die gibt's. Aber wenn ich jetzt hier Spoonie sage oder Pseudoerbse oder noch zwei, drei andere, dann werden die meisten von euch mit den Schultern zucken und sich fragen, Wovon reden wir eigentlich? Weil ihr kleinen, na gut, also, weil ihr kaum noch links und rechts schaut, ne? Und jetzt überlegen wir mal zusammen, wann denn der letzte große YouTuber mal gesagt hat, dass das oder das blöd wäre. Und ich meine damit nicht, ich muss ja permanent online sein bei dem Spiel. Nein, ich meine mal so ein richtig knallhartes, Leute, das ist Kacke. Das werdet ihr bei keinem der Netzwerkpartner finden. Und wieso kommt das nie? Weil es ihr verfickter Job ist, die Scheiße an den Mann zu bringen. Sie müssen es nicht direkt verkaufen. Sie müssen ja nur dafür sorgen, dass aufgrund ihrer Popularität ganz viele sich freiwillig die Scheißwerbung reinziehen. Und wenn ich Scheißwerbung sage, dann meine ich damit das, was ihr normalerweise beim Fernsehgucken wegschaltet, um nicht berieselt zu werden von irgendeinem Mist, aber sobald ihr im Netz einen Adblocker benutzt, seid ihr die ganz Bösen. Denn die Stars hatten ja ganz viel Mühe und Arbeit mit ihren Videos. Und wenn sie dafür nicht das entsprechende Geld bekommen, dann seid ihr ja schuld. Und im schlimmsten Fall gibt es dann überhaupt keine Schwachsinsvideos mehr, die euch unterhalten. Also bei 9live und Co. war man froh, als die Scheiße, die dem Sender richtig Geld gebracht hat, abgeschafft wurde. Aber im Web, wenn man der Scheiße auch den Hahn zudreht, dann ist das was Blödes. Ja, die Logik versteht jeder. Aber du musst dir das ja nicht angucken. Richtig. Muss ich nicht und mach ich auch nicht. Und du musst dir das hier auch nicht angucken. Ist das nicht das Einfachste der Welt? Und wenn da hinten der Typ dem anderen Typen auf die Fresse haut, um ihm dann sein neues Telefon wegzunehmen und mir das auch nicht gefällt, dann muss ich da auch nicht hingucken. Ist das nicht schön? Scheiße. Wenn es einen dann selbst betrifft, dann würde man sich freuen, wenn mal einer hinguckt. Ja, der Vergleich hinkt. Denn mich hat ja so keiner betrogen. Und dich vielleicht auch nicht. Außer du bist so blöd und opferst deine Zeit, die ja laut der YouTube-Regel, bzw. der Regel von den YouTube-Partnern, echtes Geld wert ist, wenn du die verschwendest mit dem Konsumieren. Denn du als Konsument bist das, was die Grundlage schafft für den Erfolg von den Produzenten. Und man bekommt das Gefühl, dass möglichst wenig Leute tatsächlich produzieren wollen. Ihr sollt nämlich alle Konsumenten sein. Und wie im Fernsehen sollt ihr stumme Konsumenten sein. Ihr dürft euch melden bei Gewinnspielen. Ihr dürft euch melden, wenn es heißt, jetzt machen wir alle mal mit, damit wir hier noch fetteren Werbespot machen können. Aber ansonsten haltet die Fresse. Sagt nicht, ob das Produkt schlecht oder gut ist. Na gut, gut dürft ihr sagen. Aber schlecht eben nicht. Und bitte äußert euch auch nicht, wenn es heißt, die Produktion dieses Produktes ist moralisch bedenklich. Und wenn es auch noch heißt, nicht nur moralisch bedenklich, sondern sozial, sozialwirtschaftlich und wirtschaftlich allgemein bedenklich, dann seid aber ganz besonders still. Jetzt nur mal am Rand erwähnen. Codecheck.info, wer zu wem und ähnliche Seiten helfen einem ja enorm, wenn es darum geht, mal zu schauen, wer eigentlich hinter dem Produkt steht oder wie die Dinge auch hergestellt werden. Aber hey, wen interessiert das? Denn ich möchte ja unterhalten werden. Und wenn Einkaufen auch zur Unterhaltung wird, man könnte ja fast sagen, es ist ein Shopping-Event, wenn ich mir Unterhosen kaufe, ja, dann soll aber Spaß im Vordergrund stehen und kritische Fragen sind dann eben unangemessen. Wie ich schon erwähnte, habe ich diesen Kanal ja nur zusammengeklickt, um den religiösen Spinnern ordentlich vor den Koffer zu scheißen. Da verblasst fast alles andere, wenn man sich den Scheiß gibt. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Thomas. Du bist ja wieder da. Aber dann finde ich eben doch ab und an Dinge wie zum Beispiel den Grabbellordi oder seine Konsorten und denke mir, meine Fresse, warum soll man sich überhaupt die Mühe machen, um Schwachsinn zu entlarven oder auch zu enttarnen oder mal zu sagen, wie die Dinge dann eigentlich wirklich stehen, wenn doch der Großteil von euch scheinbar um Schwachsinn bettelt. Wozu der ganze Mist und Aufwand, wenn ihr entweder zu doof, zu faul, zu doof und zu faul oder wirklich einfach nur zu geistig beschränkt seid? Da kann man sich wirklich fragen und auch wundern, warum es hier Typen auf YouTube gibt, die die abgefahrensten Sachen machen, aber keiner oder scheinbar keiner sich das anguckt oder auch nur mal auf die Idee kommt, zu überprüfen, wie es denn damit aussieht. Wenn ich jetzt Wissen nur noch über Videos konsumiere, dann, mein Gott, dann glaube ich tatsächlich, dass ein Monster in einer Tonne wohnt, was am liebsten Kekse frisst. Oder haben euch eure Eltern gesagt, dass das nur eine Kindersendung ist? Wenn dem so ist, warum sagen euch eure Eltern eigentlich nicht, dass Kasper XY da im Video den Scheiß nur macht, um Kohle zu machen? Weil ihr dann vielleicht sagt, ja, aber der muss doch von was leben. Hm, ja, vielleicht sagen euch eure Eltern dann auch, von was soll der denn sonst leben? Guck ihn dir doch an. Zum Arbeiten taugt er nicht, weil entweder ein totales Hemd, ein Strich in der Landschaft oder zu doof, um einmal Wasser auszukippen. Aber hey, wir leben ja in der Spaß- und Unterhaltungswelt, da ist es ja egal. Und aufs Aussehen kommt es ja schon dreimal nicht an. Nicht wahr? Darum muss ich ja auch kein T-Shirt von I Blali, von Lordy, von LeFloid, von Mr. Trashback oder irgendwelchen Apple Crime Reloaded White Titty Punk Leck mich am Arsch oder sonst was kaufen. Denn mit den T-Shirts sehe ich ja maximal beschissener als besser aus. Und weil es ja, wie gerade gesagt, überhaupt nicht aufs Aussehen ankommt, brauche ich ja dann auch keine Schminke kaufen oder irgend so einen Quatsch. Denn ich laufe in meinem Jütebeutel rum und mein Inneres scheint nach außen. Wer mich jetzt für einen Spinner hält, der hat wenigstens im Ansatz gemerkt, worauf ich hinaus möchte. Mehr als die Hälfte aller YouTube-Kanäle, und hier sind jetzt mal nur die Produzenten gemeint, die sind für den Arsch, weil sie eben wirklich nur noch Werbung machen. Und das Ganze wird so richtig bekloppt, wenn man sich Kanäle wie Onision anguckt. Selbst mir fehlen die Worte, um den Schwachsinn zu beschreiben, und darum packe ich das gerne mal in die Infobox. Macht euch doch selber ein Bild davon und lasst euch unterhalten. Zwischen all euren Stars hier findet ihr vielleicht auch mal drei Minuten, wo ihr euch nicht am Sack oder Arsch schubbern müsst, und dann gebt euch mal den Hardcore-Mist. Und das gucken immerhin 90.000 Leute pro Video. Ja, das sind halt Idioten. Die sind genauso doof wie du. Jedenfalls, wenn du Lordi und Co. abonniert hast. Denn das ist im Grunde genommen nichts anderes. Aber ich muss hier auch nicht immer auf Lordi rumhacken. Da gibt's ja noch genug andere, ne? Trashy, Floydy, fucking Floyd und wie sie alle heißen. Ganz vorne natürlich Ponkyponk. Und die anderen Blubbertypen. Hast du im Abo? Dann fühl dich angesprochen. Wenn nicht, dann fühl dich halt nicht angesprochen. Ich hab keinen Jack Daniels hier. Ich bräuchte aber definitiv Jack Daniels, um mir jetzt ordentlich die Birne vollzulöten. Denn anders ist dieser Schwachsinn echt nicht zu ertragen. Bei meinen Lieblingsfreunden, den religiösen Spinnern. Da ist es ja nicht nur einfach, sondern ganz offensichtlich. Geschichtsbuch nehmen, nachschlagen, sehen, aha, das und das war dann und dann dran und so weiter. Und dann werden die Aussagen völlig lächerlich und man weiß, okay, man redet mit dem Spinner. Bei dem Rest braucht man etwas Medienkompetenz. Und wenn man keine Medienkompetenz hat, dann braucht man gesunden Menschenverstand. Wenn man den auch nicht hat, naja, dann guckt man wahrscheinlich irgend so eine bekackte Daily Soap. Und darüber unterhält man sich sogar in seiner Freizeit mit seinen Freunden. Und im schlimmsten Fall quatscht man darüber auch noch während der Arbeit. Und für die Kleinen, darüber quatscht man auch in der Schule. Weil das eigene Leben wahrscheinlich so beschissen, langweilig und öde ist, dass man so einen Quatsch braucht. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, das ist doch nur zusammengeschusterte, zurechtgelogene Kacke, dann wird man natürlich ein bisschen grantig. Denn in seiner Realität macht man das ja zum Hauptthema. Und wenn der da jetzt kommt, der da Kritik übt, der nimmt einem ja dann was davon weg. Und siehe da, man steht da als Idiot, der man natürlich ist, aber man will es nicht wahrhaben. Und wenn ganz viele andere genau solche Idioten sind, wie man selber, dann ist man zumindest nicht alleine. Und man kann auch solche schlauen Sachen sagen wie, ganz viele können ja nicht irren. Oh doch, das können sie. Und die Geschichte zeigt uns ganz viele tolle Beispiele. Aber gut, das führt jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch schon wieder zu weit. Der Titel, beziehungsweise das Bildchen, zeigt ja, I want you to be smart. Und das könnte man sich ja jetzt mal auf die Fahne schreiben und tatsächlich mal smart werden. Und wenn auch nur für eine Woche. Und mit smart ist gemeint, sei mal clever, sei mal schlau. Hinterfrag doch mal den Bockmist, den man dir erzählen will. Also schreib keinen Kommentar und frag, ich dachte, war? Nein, nimm die Aussage, tipper sie ein bei deiner Suchmaschine, deiner Wahl und lies dir zwei bis drei Berichte darüber durch. Und siehe da, oh Wunder, oh Wunder, der Typ im Video hat ja nur Scheiße erzählt. Und wenn wir dann schon beim Schlau sein sind, dann klicken wir unter dem Video mal auf die Statistiken und sehen, oh, die meisten über 20-jährigen Superstars auf YouTube, die haben ja Fans ab 13 bis 18. Welcher Spacko, außer Peter Lustig, machen eigentlich Videos für Kinder? Und wieso machen die Videos für Kinder? Also Aufklärung, Wissensvermittlung, kann es ja in den meisten Fällen nicht sein, wenn man sich die Inhalte anguckt. Und das packen wir dann nochmal zusammen und sehen, ach, den kleinen Scheißern kann man eben den größten Mist erzählen. Und wenn man sie dann noch dazu bringt, dass sie den eigenen Bullshit kaufen, also T-Shirts, Pullover, Schlüpper, vielleicht sogar Lord-Haberdon-Kondome, dann, naja, dann passt das wie Arsch auf Eimer. Denn die Kinder sind am leichtesten zu verführen und Lordi weiß ganz genau, wovon ich spreche. Na dann, Tschüssi! mit dem see in die inter thy promise o comment of heart Vielen Dank.